Hey, hey, hey! Was wird das denn hier? Quatsch dich der Typ blöd an, Kenma? Hör auf. Oh, ist die schön! Guck mal, wie hoch die Decke ist. Oh, bist du peinlich. Geil, 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 geil! Wie kommst du darauf? Das hab ich so im Gefühl. Meine Intuition. Ja! Ja! Das fühlt sich jedes Mal so verdammt geil an. Wieso habe ich Trottel schon beide Auszeiten genutzt? Verdammt, der lacht mich aus. Du bist scheiße. Und du ein Misthaufen. Du Stadtkind, komm doch. Ähm, äh, also, eure Men, Men, dieses Men, ähm, Men, ähm, verrätst du mir, wie eure Managerin heißt? An der Shira Turisawa ist doch Kageyama durchgeprägt. Mach doch wohl dein Maul! Details besprechen wir noch. Unser Trainer. Dabei wird er so nachlässig. Hey, ihr zwei denkt doch gerade etwas total Unverschämtes, oder nicht? M-m-m-m-m. Das tut mir sehr leid. Ich bringe dir demnächst ein Zake vorbei. Zake? Dann noch zehn Bälle, bitte. Was? Morgen. Und weißt du auch, was mit dem da ist? Ist der Knirps auch irgendwie besonders? Nein. Ich habe keine Ahnung. Keinen Plan. Hey, du, das will ich auch. Ich will auch bis an die Spitze kommen. Ich verliere nicht gegen dich. Der hat keine Augenbrauen. Ihr seid viel zu frech. Wieso muss das mal sein? Das ist voll unangenehm. Du hast doch nicht wieder Bauchschmerzen, oder etwa doch? Ich? Ich habe Facken, lieber. Was hast du da gerade gesagt? Ich verstehe. Du hast vorhin vor Datiko Schiss bekommen, richtig? Aber nein, damit liegst du total richtig. Ich bin ganz verspannt. Iwaizumi. Ich gehe schon. Eikammer, machst du ein Foto mit mir? Aber sicher, für ein Foto bin ich doch immer gern zu haben. Aua! Hilfst du doch, Eikammer? Was zur Hölle? Ich meine, der Coach hat es jemals gewagt, mich zu bewerfen. Sorry, Mädels. Das mit dem Foto müssen wir verschieben. Was? Hallöchen. Lieblings-Tobio und Knirpsi. Könnt ihr beiden schrägen Vögel mittlerweile besser fliegen? Der große König. Aber das tut doch weh, Iwa-Line. Hinata, sei doch nicht so ängstlich. Ja. Sehr gut, Tanaka. Ein guter Handball. Ihr übertreibt. Schnauze. Cool. Ich habe keine Lust, abgeblockt zu werden, okay? Was? Ich habe gesagt, dass das klar geht. Das hast du ganz offensichtlich nicht gesagt. Dann kommen wir und nicht er ins Fernsehen. Also arbeite lieber mal an deinem Gesichtsausdruck. Ich zeig dir gleich mein Gesichtsausdruck. Bis morgen, Leute. Yep. Bye-bye. Sag mal, Iwa-Line, bist du etwa meine Mama? Was? Nein, tut mir leid, mache ich schon nicht. Ich werde morgen in Topform sein. Ich verspreche's dir, Pfadfinder Ehrenwort. Red kein Quatsch. Scheiß Oikawa. Ich will abschließen, also mach hin, Trödelkawa. Nenn mich nicht so. Fällt dir nichts Besseres ein? Ich finde, das passt ganz ausgezeichnet. Verstrengst du dich nicht etwas zu sehr an, Iwa-Line? Du musst wirklich nicht so übertrieben angehen. Die Mädchen interessieren sich sowieso nicht für dich, kleine Schnuckelchen. Wir werden gewin... Mach dich auf was gefasst! Verdammte Scheiße, dräng dich nicht immer dazwischen, du Zwerg! Hey, hey, beim nächsten Mal mach ich genau das Gleiche. Passt also lieber auf und träumt nicht vor euch hin, ja? Beim nächsten Mal... ...mach ich genau das Gleiche. Also passt lieber auf und träumt nicht. Verdammter... ...Rotzbängel.